Ein Jeep Wrangler steht hier zum Verkauf. Der weiße SUV ist dreitürig und bietet Platz für vier Personen. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 45.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Partygefilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtungen und noch vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine satte Leistung von 200 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 29.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Bester Preis. Bester Preisĩ Kristapssaadeh. Bester Tschölle Machines Vis thread